Da hin Da hin Da hin Und dann glaube ich da hin Dann da hin! Jetzt weiß ich nicht mehr weiter Da hin Da hin Da hin Wann bin ich so vergesst? Ich muss noch irgendwo was dazwischen sein Ja hier Dann da Ernsthaft Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Oh Oh Schwede So Keine Verbindung zur letzten Welche Was Welche Da Da ist ja auch noch eine Habe ich denn geplant? So glaube ich ja Oh Alter Oh ne Scheiß Hier kann man so eine Kage fabrizieren Bisschen So jetzt sind es gescheite Straßen Ähm Ähm Jetzt nehme ich den Ähm So Dann da hin Dann da hin Dann da hin Dann da hin So und jetzt kommen wir sie gucken wie ich zurückkomme So Ähm Am besten fahre ich dann da hin Und dann da hin Und dann da hin Und bin ich dann da Und fahre ich da noch hin Dann fahre ich so 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 Und fahre ich da wieder rein Äh ja wann beginnen die jetzt? Die beginnt um Pfff 1 Uhr So Dann machen wir mal Dann machen wir halt auch mal um Zwanzig So Machen wir auch mal in eineinhalb Stunden Takt So Berufsverkehr Beginnen wir um Um 6 Uhr 5 Uhr 5 Uhr 4 Und Machen wir eine halbe Stunde So Dann der Feierabendverkehr Dann der Feierabendverkehr Ähm Lass mal mal um 7 Uhr 15 beginnen Und lassen wir uns bis 18 Uhr gehen Mh Oh Halbe Stunde Ja gut Ja passt So Oh ich glaub da Wollen sehr viele fahren Und dann Stille Und kaufe ich da schon mal welche So So Mit der Linie auch Okay ich seh schon ein reines Verkehrschaos Ja Ja da muss ich schon wieder einen Cut machen Weil da kann ich schon bitte meine Autor rein Ja Und wie ihr seht Wie ich gesagt habe ein reines Verkehrschaos Oh Oh Schein Gibt's auch ne Doppel Ne Doppelspur Bus oder sowas Alter Alter ich schrecklich Oh Scheiße Oh Scheiße Ich komm ja alle zu spät Was Also ich geh grad ne Doppelacht unterwegs Ne 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 8 und ne 2 Ok Ja gut Schließen wir dann das da hinten auch noch kurz an Ah Da würd ich dann sagen Dann komm der von da Fährt dann so 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 Fährt dann da Ein Und dann beginnt es hier So 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 Und So Und da Und 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 da Ja Da Und da So Dann sind wir da Dann fährt er da rein Und jetzt liegt Dann fährt er da wieder rein Fährt dann Fährt dann hier entlang Fährt dann da noch weiter Fährt dann hier runter Und dann war die nicht mehr So Linie 9 Jawolein Ein Reines Verkehrsgas Scheiße So Haben wir gesagt dann fährt er da hin Dann fährt er da hin Da Da Und fährt er glaube ich ganz raus Scheint mir so Ja Also da hin Da hin Da hin Do 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 und zurück fährt er dann halt dahin dann dahin dann da noch der beginnt jetzt einfach mal um zwei uhr warte um 1.45 Uhr so gut, Berufsverkehr ist 7.55 Uhr 5.55 Uhr und dann eine halbe Stunde so